. Um Wort dreht sich auch das Leben des Zuger-Autor Garlo Maier. Seit 20 Jahren begeistert er Kinder und Jugendliche mit seinen Kaminski-Kids-Büchern. Aktuell hat er rund 400'000 Exemplare verkauft und bei weit über 2'000 Schulklassen lässig gehalten. Ich finde es sehr schön, dass ihr hier seid, um mit uns zusammen 20 Jahre die Buhre der Kaminski-Kids zu feiern. Jubiläumsparty der erfolgreichen Jugendbuchreihe Ende März 2019 in der Stadtbibliothek Luzern. Mit dem Zentrum der Autor Carlo Maier. Es ist schon ein emotionaler Moment. Nach 20 Jahren, wenn man so zurück schaut, die Kinder sind jetzt gross und damals, als ich ihnen am Abend vorgelesen habe, und sie auf die Idee gekommen sind, Kinderkrimi-Reihen anzufangen. Und jetzt ist so viel passiert in diesen vielen Jahren. Kaminski-Kids gibt es immer noch. Es ist ja in der heutigen Schnelllebigen Zeit auch gerade im Buchbusiness sehr aussergewöhnlich. Buchpremiere vom neuesten Band der Kaminski-Kids, Tatort Ocean Queen, Carlo Maier liest vor. Simon folgt ihm mit klopfendem Herzen in die Sicherheitszentrale der Ocean Queen. In einem Zimmer sahen sie einen wandvollen Überwachungsmonitor. Die Schirme zeigten Bilder ... Es ist natürlich auch cool, wenn man etwas vorlesen und merkt, dass die Leute es gut finden. Sie lachen an der lustigen Stelle und finden es spannend. Und Kinder, die so schauen, wenn es spannend ist. Und das sind natürlich schöne Momente für einen Autor. Carlo Maier in seinem Atelier in Zug. Er teilt sein Büro mit seinem Sohn Sidi, einem Grafiker. Hier entstehen seine Bücher. Die Liebe zum geschriebenen Wort hat er bereits in der Oberstufe entdeckt. Der Punkt, der mich am Schreiben sehr fasziniert, ist, dass man es so präzise formulieren kann. Das ist genau das, was man sagen möchte. Und nicht wie beim Reden, wo man manchmal etwas sagt und nachher sagt, das habe ich eigentlich nicht so gemeint. Und beim Schreiben kann man es wirklich präzise, wenn man genug Zeit hat, formulieren. Da ist sicher noch dazu gekommen, zu der Leidenschaft des Schreibens selber, vom Umgang mit dem Wort, eine grosse Neugier, an einem Thema wirklich auf den Grund zu gehen. Das ist ziemlich heftig bei mir. Carlo Maier arbeitet mehrere Jahre als Journalist für namhafte Schweizer Blätter, schreibt auch Drehbücher für Film und Fernsehen. Erste Krimis für Erwachsene entstehen. Beim Romanschreiben gefällt mir, dass man viel länger an einem Thema und am gleichen Projekt dranbleiben kann als bei einem Zeitungsartikel. Was ich auch sehr schön am Schreiben finde, ist, dass man in fremde Welten eintauchen kann, ohne den Schreibtisch zu verlassen. Ich bin dann auch in so einer Szene drinnen, wenn ich am Schreiben bin, z.B. wenn die kleine in einer Höhle verloren geht und es ist stockdunkel und man hört nur noch das ... ... ... und sie versucht, irgendwie wieder rauszukommen. Dann bin ich auch am Frösteln in dieser kalten Höhle. Die drei Kinder von Carlo sind mitentscheidend, dass er 1999 den ersten Kaminski-Band schreibt. Sohn Sidi erinnert sich. Ich habe mir hauptsächlich Geschichten gewünscht, in denen viel Spannung drin ist, in denen die Kinder vielleicht auch eine Heldenrolle spielen, in denen es anderen helfen könnten. Aber es muss v.a. spannend sein. Ich kann mich noch erinnern, wir waren zusammen in der Ferie. Wir waren in einem Feriehäuschen und hatten einen Balkon. Dort sind wir alle auf dem Balkon geköckelt und haben angefangen, die Figuren entstehen zu lassen. Die Kaminski-Kids sind die drei Geschwister Simon, Deborah und Rafi, die Kriminalfälle lösen. Die Bücher behandeln jeweils ein aktuelles gesellschaftliches Thema, wie z.B. Selfies oder Mobbing, und haben einen christlichen Hintergrund. Es ist mir sehr wichtig, dass der Glaube, der für uns eine zentrale Stelle hat, auch vorkommt in den Büchern. Mir ist es sehr wichtig, dass so ein Kaminski-Kids-Buch auch jemand lesen kann, der jetzt nicht christlich oder sehr gläubig ist, sondern vielleicht auch noch etwas Neues mit überkommt in dieser Hinsicht. Die Familie Kaminski erlebt christliche Werte und dadurch hat das auch Auswirkungen in ihrem Leben. Z.B. wenn Rafi sagt, ich lüge nicht, und dann an einer bestimmten Stelle in Schwierigkeiten kommt, weil sie nicht lügt, und sie muss dann eine andere Lösung finden für dieses Problem. Zurück in Luzern. Ein eigens für Kids-Events produzierter Videoclip wird gezeigt. Mit dabei Kabarettist Marco Riemer. Aber nichts! Mehr als 400'000 Bücher hat Carlo Maier verkauft. Die Reihe hat verschiedene Auszeichnungen erhalten, zählt zu den erfolgreichsten Jugendbuchreihen der Schweiz. Weit über 2000 Lesungen hat Carlo Maier im In- und Ausland gehalten. Der Zusammenhalt, den diese zwei Personen haben, ist sehr tief und verbunden. Und das gefällt mir. Und mir gefällt auch, dass die Geschwister, die sind so wie in anderen Krimis, ist das selten. Also, Bücher sind halt einfach gut. Ich finde sie einfach immer mega spannend. Ja, das ist gut. Es ist vorher eine Frau zu mir gekommen, aus dem Publikum, die ich nicht gekannt habe, und hat gesagt, ihr Mädchen habe ich angefangen, Bücher zu lesen wegen der Kaminski Kids. Ich habe vorher nicht gerne gelesen. Das hören wir so häufig, dass es schon fast wahr sein muss. Aber es berührt mich jedes Mal wieder. Es ist einfach im Leben eines einzelnen Menschen ein wichtiger Moment. Carlo Maier trifft sich mit Simon Carell, einem befreundeten Sekundarlehrer. Simon gehört zu einem Team, das Carlo bei der Recherche und Entwicklung der Bücher unterstützt. Also, dass ich jeden Tag mit Kindern und Jugendlichen zu tun habe, ist mir natürlich die Welt der Jugendlichen recht nahe. Also, ich höre, was auf dem Pausenplatz geredet wird. Und das ist sicher etwas, das ich einbringen kann. Wenn wir miteinander besprechen. Ein kugelartiges Gesicht. Ruhe bewahren. Und das Lässige ist natürlich auch das Schaffen am Text selber. Also, wir streiten manchmal schon fast über das Wort, über jenes Wort, das wir verwenden wollen. Manchmal überlegen wir uns einen Nachmittag lang, wie muss das jetzt genau, ist das Wort das, was es wirklich trifft. Der Rechercheprozess ist für Carlo Maier wichtig. Er trifft sich beispielsweise neben Simon auch mit Polizeibeamten, um seine Geschichten möglichst realitätsnah zu halten. Ich habe zwei Leute von der Kriminalpolizei, die mir damals schon am Anfang erklärt, wie würde die Polizei vorgehen in so einem Fall. In dieser Hinsicht ist mir der Umgang mit dem Wort ein sehr wichtiges, sorgfältiges Umgang mit dem genauen, präzisen, richtigen Wort. Carlo Maier unterwegs in der Altstadt von Zug. Mit seinen Worten kann er Kinder positiv prägen, die Freude am Lesen wecken und manchmal sogar Leben verändern. Eine Lehrerin in einer Sonderschule hat mir nachher rückgemeldet, dass der eine Junge, der am auffälligsten war, sehr stark beeindruckt sei von einer Figur in dem Buch, das ich daraus vorgelesen habe. Und durch dieses Vorbild kam er dann überhaupt auf die Idee, ich könnte sie auch mal probieren. Und das hat dann tatsächlich Frucht getragen. Und er konnte dann wirklich besser mitmachen und sein Leben besser auf die Reihe kriegen. Carlo ist selber ein Wortbegeisterter. Er liest gern. Besonders fasziniert ist er vom Buch der Bücher. Die Bibel ist natürlich das Wort. Und von daher auch für mich zentrale Bedeutung. Und ich finde da in den letzten Jahren immer mehr darüber hinaus. Ich gehe daran nahe. Ich schaue, was die Bibelforschung herausfindet. Und durch alles, was ich hier herausfinde auf diesem Weg, jeder Baustein macht mein Verständnis der Bibel grösser, macht, dass ich das Buch noch genialer finde, macht mein Bild von Gott grösser und reicher. Also das ist ein sehr schöner Trip, an dem ich da drauf bin. Carlo Meier schätzt den Kontakt mit seinem Lesepublikum. Am Ende der Jubiläumsparty in Luzern signiert er seine Bücher. Im ersten Buch haben wir sogar gedacht, das sei nur ein Buch. Und dann haben immer mehr Leute gefragt, ob es nicht noch mehr von diesen Kaminski-Kids gäbe, bis dann der Verlag uns gefragt hat, machen wir noch mehr. Aber dass gerade so viel mehr daraus werden würde, nein, das hätte ich nie im Leben gedacht, dass so viel daraus wird. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal.